Ich bin bei der Rami, lieber nur für Masari und immer bei der Gin und Malenglas. Ey! Simi? Hallo? Oh mein Gott, Simi, Simi, oh mein Gott. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, hallo. Äh, äh, ich bin Isasun. Ich bin Isasun. Für mich der beste so, äh, Controller-Spieler, den ich kenne. Scheiß auf Issa, ich mag den nicht. Allein ich und Lechi sind schon besser als er. Und du willst mich ficken, du willst mich ficken, man. Und, äh. Du bist was? Du bist was? Du bist Isasun. Isasun? Ich bin der beste Spieler der Welt. Hehehe, was ist das? Du bist mein Liebbringstücher, Bobo. Danke, Bobo. Wir haben nur zusammen Duo. Ich, ich, ich schaue jede deine Livestreams und ich like alles, was ich sehe von dir. Süß. Du willst, du willst eine Runde Duo zocken? Ja klar, ich hole dir ein paar Siege. Du holst mir ein paar Siege. Okay, wir zocken eine Runde Duo und wenn wir einen Win holen, dann verspreche ich dir, dass ich das auf YouTube hochlade und du bekommst so viel V-Bucks, wie viel du willst von mir. Lass mal auf Chillic Sunny Steps landen, dass wir zu 100% überleben. Warte hier, komm her, ich hab Minis und Biggie für dich. Komm her. Er ist White, er ist White. Er ist White, er ist White. Ich hab Minis und Biggie für dich. Komm her, Gendi. Wollen wir den pushen? Lass den, lass den hier unten erstmal pushen. Die haben wir White geschossen. Ich hab ihn. Hier vor uns sind welche. Lass die pushen. Die Turteln. Ich hab beide. Solche Vollbummys. Die Turteln in Public Games. Was ist denn mit denen los, Alter? Hier unter uns sind auch noch welche. Vollbummys. Wo ist sein Teammate? Ah, sein Teammate ist hier unten. Oh mein Gott. Er schwitzt. Nice, Bro. Foulst du da auch noch welche? Es werden die Sniper-Kilter ausgepackt. And Bro, du hast vorhin gesagt, du kannst rappen, oder? Okay. Wenn wir in der Fall-Lobby sind. Oh mein Gott, ich hab ihn gesnipet. Wenn wir in der Fall-Lobby sind, wenn wir einen Win holen, rappst du dann, okay? Easy. Aber nur, wenn wir einen Win holen. Nein, den hätte ich auch snipen können. Äh, vor uns sind welche. Lass sie pushen. Oh, ich bin white, Bro. Einer ist auf S. Die beiden pushen mich. Peepen? Ey, du kannst peepen und dann bleib ich zu dir. Er will mich snipen. Beide wollen mich snipen, Bro. Oh mein Gott, zurückziehen, zurückziehen. Nein. Nein. Oh mein Gott, du musst ruhig bleiben. Danke, Bro. Warte, der muss nur kurz stehen bleiben, dann snipe ich ihn. Alter, sein Teammate nervt. Warte, Bro, warte, ich bin gleich da. Ja, komm, Lex, 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 Lex. Ja, warte, Bro, warte, Bro. Egal, der eine tut. Ich habe einen. Ich habe beide, ich habe beide. Willst du, dass mein erster Win mit Blumen kiezt? Mindestens ein Kill. Alles gut, Bro. So viel zum Thema du Carries. Das ist ja nicht schlimm, solange wir den Win holen, ist ja alles gut. Warte, ich will einen snipen. Warte, Bro. Headshot. Let's go, lass die pushen. Mit Ansage, Alter. Komm, komm, komm. Du mein Gott, der ist los, 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 der ist los. Ein Kill, komm, ich hab ein Kill. Er ist so weit, okay. Sein Mate ist schon mal tot. Das bekomme ich von dir, wenn ich ihn mit Ansage auch noch snipe. Ich glaube, er hat einen Hit. Okay, ich hab verkackt. Du musst ihn holen. Oh mein Gott. Nein, Pauzairi. Ich bin low. Nein. Nein. Nein, das waren die Letzten. Ich hab's voll... Ich hab nicht mal drauf geachtet. Ich hab den einen gesniped. Und dann hat er uns beide geholt. So dumm gespielt. Hey, er hackt. Er hackt. Er hackt. Bevor Pauzairi anfängt zu rappen, wollte ich nur kurz Credits an C.U. geben. Seine 14-Jähriger, 15-Jähriger, 11-Jähriger Rap-Videos sind in der Beschreibung verlinkt. Solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Ende vom Video. Und wie gesagt, verurteilt den Kleinen nicht. Ich bin für seine Alter, hat er es wirklich gut gemacht. Okay, Bro, du meintest, du kannst rappen. Was sind deine Lieblingsrapper vorerst? Kapital und Samra. Kapital und Samra. Ey, komm, Bro, lass es so machen. Du rappst, kannst du was von Samra rappen? Ja, kann ich. Kennst du sein neuestes Lied Harami? Kannst du das rappen? Ja, klar, easy. Oh mein Gott, okay. Wir machen das so. Du rappst jetzt von Samra, Harami, so viel du kannst. Also so viel du auswendig weißt. Und danach machen wir noch eine Runde. Und wenn wir einen Win holen, dann rappst du, kennst du von Kapital, Bra, Sherry Lady? Ja, klar. Und dann, wenn wir einen Win holen, rappst du von Kapital, Sherry Lady, okay? Okay. Ja, okay, easy. Oh mein Gott, ich bin gehypt. Fang mit Samra Harami an. Let's go, Junge. Okay. Warte. Mates. Immer wenn ein Gin in mein Glas fließt, bitt ich in Ferrari und Bretta, Richtung Paris. Ja, wir tragen Jojo, Armani. Ich bin Harami, liebe nur für Masari. Und immer wenn ein Gin in mein Glas fließt, bitt ich in Ferrari und Bretta, Richtung Paris. Ja, wir tragen Jojo, Armani. Jojo. Ich bin Harami, liebe nur Masari. Oh mein Gott, Bro, das war krank. Das war Killer. Das war Killer, Junge. Hä? Das war Killer. Okay, Bro. Also, ich kann dir ein paar Tipps geben, so. Nächstes Mal die Hi-Hat, die hat gefehlt. Nein, Spaß. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine Duo-Runde. Und wenn wir den Win holen, drückt uns alle die Daumen, wenn wir den Win holen, dann muss der liebe Poseidon von Kapital einfach Sherry Lady singen. Das ist eines meiner Lieblingslieder, Bro. Da werde ich sogar vielleicht mitsingen. Und Leute, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ich würde sagen, wenn dieses Video mit dem Ehrenbruder Paseiran 1500 Likes bekommt, dann nehmen wir das nächste Video auf. Oder was sagst du, Bro? Ja, easy. Easy. Mach 1500 Likes voll und dann nehme ich mit meinem Bro Paseiran das nächste Video für euch auf. Hm, das war nicht echt. Doch, Renegade Raider. Community, was geht? Heute machen wir einfach, der Renegade Raider ist im Shop-Prank an meinen kleinen Bruder.